Was geht ab Freunde und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es mal die Ultimate Scream SBC und ich stelle euch einfach eine richtig billige Lösung vor. Also ich denke mal jeder von euch schon mal in FIFA 18 die Gollop Rechallenge gemacht hat, deswegen habt ihr wahrscheinlich auch ein paar 84er im Verein. Ich zeige euch was ich für das Pack ausgegeben habe und ja ich finde das eigentlich relativ billig. Jetzt zeige ich euch mal. Okay, Piszczek auch Erstbesitzer, Bartra habe ich für 1800 geholt, Horan auch Erstbesitzer, Orban für 1000 Coins, Mesa für 2k sind wir jetzt schon bei 4k die Baus gegeben haben, Faser Erstbesitzer, Silver Erstbesitzer, Miralas 1700 sind wir bei 6k fast Marta auch Erstbesitzer und Ben Tegel sind wir bei 700 Münzen. Also ich kann sagen ich habe 8k für das Pack hier ausgegeben und dafür kriegen wir gleich ein Ultimate Stream Spieler Set. Also eigentlich relativ billig und ich denke wenn ihr andere 84er im Verein habt, macht es einfach so, ballert da ein paar 84er an Spendien die am Train überhaupt rein und dann andere 82er Spieler oder so, weil so ein Süle, ihr wollt hier erst anschließend Orban reinpacken, der aber 5k kostet und das war echt schon viel. Senden die Challenge ab, dann kriegen wir unser Stream Spieler. Wie gesagt, wenn ich mir gefallen hat, Daumen da oben da lassen, Abo wäre fresh natürlich und ja, wenn ihr das Video mit eurem Freund teilt, wäre mega geil. Dankeschön für die Resonanz beim letzten Video, beim gestrigen Video, das war richtig geil von euch und ich hoffe, boah bitte ey, hoffentlich kein Bänder, weil den haben wir schon. Come on ey, das wär ja, bitte, bitte, komm, 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 komm. Wer wird's, wer wird's, wer wird's, wer wird's? Kläubert, okay, nicht schlecht, kläubert, okay, nehme ich gerne mit, auch nicht schlecht, der Sohn vom Patrick kläubert, okay, nehme ich gerne mit, Kein schlechter Mann, kann man gut noch für die Auswechslung gebrauchen, kann man die verkaufen, da stand jetzt gerade nichts davon, Okay, sind wieder untradeable, aber richtig geil, ja Freunde, ich würde dann sagen, falls ihr dem Video gefallen hat, Daumen da oben da lassen, Abonnieren, falls ihr euch getan habt, um keine Videos mehr zu verpassen, teilt das Video mit eurem Freund, wäre mega sick, hab ich ja gerade schon gesagt, mach's gut und rein und tschau. Bis zum nächsten Mal.